Mal wieder ein kleines News Video für euch, ein paar neue Ankündigungen etc. pp. Was ich so die nächsten Tage und Wochen vorhabe. Ich sag's mal so, es könnte wichtig werden. Aber wahrscheinlich haben die Hälfte schon aufgehört zu gucken. Bitte bleibt dran, andere Hälfte. Bitte bleibt dran. Okay, Spaß beiseite, ich bin Donnerf204. Und ich möchte meinen Abonnenten danken. Danke an alle treuen Abonnenten. Wir nähern uns in kleinen Schritten langsam der 2000er Marke. Wäre sehr, sehr cool, wenn wir die dieses Jahr noch erreichen. Also in dem aktuellen Tempo erreichen wir sie, auf jeden Fall. Aber das Tempo können wir auf jeden Fall nicht beibehalten, denke ich mal. Aber die 2000er Marke wäre cool und im Jahr 2020, 2020 Abonnenten, das wäre mega geil. Also ich hoffe, ihr bleibt am Ball, behaltet mich abonniert. Ich mache auf jeden Fall Tutorials, wie ihr seht. Und ihr bekommt das, was ihr wollt. Und ich spiele natürlich auch eure Spiele. Also ich mache auch coole Let's Plays etc. Und coole Events. Und dazu kommen wir gleich zu dem Event. Vergesst bitte nicht, Abgabetermin ist der 18. Der Freitag, 18. September. Ihr habt also noch 18 volle Tage. Aber auch 18 volle Tage vergehen schneller, als man denkt. Fangt am besten wirklich mit euren Projekten an. Wenn ihr es noch nicht getan habt, 18 Tage sind schneller rum, als ihr denkt. Und dann gebt bitte ab. Und wer vergessen hat, worum es geht oder das Video noch gar nicht gesehen hat, schaut einfach nochmal in das Community-Event-Video hinein. Es befindet sich in meinem Kanal, wenn ihr Subscriber seid, ist das hier oben angepinnt. Und wenn nicht, befindet sich das hier dann in dieser Leiste. Gut. Ja. Also Subscriber, Abonnent meine ich natürlich. Wir sind Deutsche. Also wenn ihr Abonnent seid, ist das hier oben angepinnt. So. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe jetzt relativ viele Set-Anfänger-Tutorials gemacht. Ich zähle 5. Hier steht es für 5. Ich behaupte einfach mal, es sind dann auch 5. Wenn ich hier 5 hinschreibe, dann sind das auch 5. Es sind 5. Gut. 5 Stück und ein Tutorial, wo man MV-Projekte zum MZ importieren kann. Das sind also 6 MZ-Tutorials. Das ist schon eine ordentliche Zahl und kann sich, denke ich, mal sehen lassen für diese kurze Zeit. Also, ich habe da jetzt wirklich, wirklich Gas gegeben und wir geben auch weiter Gas. Das ist auf jeden Fall das große Thema für die nächsten Wochen. Kann ich euch versprechen. Geht es jetzt erstmal mit MZ-Tutorials weiter. Anfänger-Tutorials. Und wenn wir im Großen und Ganzen ein bisschen Vorlauf haben, was die Anfänger-Tutorials angeht, werde ich dann auch nochmal ein bisschen Mischmasch hochladen. Vielleicht fange ich damit auch schon diese Woche an oder nächste Woche. Am Wochenende dann. Also, ich denke mal, vielleicht dieses Wochenende schon. Machen wir noch ein bisschen Mischmasch. Also, bringt mich noch ein paar allgemeine Tutorials, die nicht in die Anfänger-Tutorial-Reihe gehören. Ähm, sondern halt irgendwelche anderen Dinge, keine Ahnung, Taschenlampen benutzen oder irgendwas oder ein Zeitsystem oder, ja, Menüs etc. pp. Irgendwas fällt mir dann schon ein. Ich habe mehr als genug Ideen. Keine Angst, Leute. Ähm, also, da kommt auf jeden Fall noch einiges auf euch zu. Und auch Anfänger-Tutorials und, wie gesagt, auch ein bisschen Mischmasch und vielleicht auch ein bisschen fortgeschritteneres Zeug. Oder vielleicht auch früher oder später dann auch ein bisschen Masterclass-Zeug. Also, richtig Profi-Zeug. Aber da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit, weil ich, ähm, euch nicht überfordern möchte. Gut, weil ich habe nämlich jetzt schon sehr viel hochgeladen. Und wenn ich da jetzt noch irgendwelches sehr hochkomplexes Zeug hochlade, dann seid ihr wahrscheinlich die nächsten Monate nur mit meinen Videos beschäftigt. So, ähm, hm, 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 was war noch Thema? Noch Thema, ach ja, ähm, Kritzelfisch, da ist mir ein bisschen was dazwischengekommen. Will ich auf jeden Fall beenden demnächst. Da ist mir was dazwischengekommen. Ähm, ja, darüber möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht reden, was mir dazwischengekommen ist. Möchte ich auf jeden Fall noch beenden, mache ich vielleicht Offscreen oder ich mache da nochmal einen Stream zu. Mal schauen. Und da fehlt ja noch im Grunde der letzte Part. Den hatte ich dann an dem Tag nicht mehr aufgenommen. Ähm, weil, und auch der vierte Part, ähm, meines Modding-Marathons mehr oder weniger, ist ja dann, ähm, mehr oder weniger auch ein bisschen in die Hose gegangen. Ich war da ein bisschen unkonzentriert aus persönlichen Gründen. Und deswegen hatte ich dann auch den fünften Part gar nicht erst gemacht. Kommt aber auf jeden Fall. Ich mache es vielleicht Offscreen und zeige dann nur noch das Ergebnis. Ist vielleicht besser. Mal schauen. Ich, ich, gucke mal, wie ich das mache. Wird auf jeden Fall auch demnächst wieder angegangen. So, dann Smash. Smash, 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 Smash. Wir werden im September, ist ja ab morgen, ähm, also dann irgendwann innerhalb dieses Monats, werden wir mal noch zwei Training-Sessions einlegen. Hatte ich schon mal gemacht. Hier ist Smash-Training. Ähm, fünf Stunden am Stück Smash. Alter Schwede, bin ich verrückt. Ähm, 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 ja, werden wir noch ein paar Training-Sessions einlegen in Smash. Also alle Smash-Fans, haltet euch bereit. Im September geht es los mit Training-Sessions. Ich denke mal zwei Stück werde ich machen. Und das Turnier, das nächste, wäre dann im Oktober irgendwann. Ich habe es noch nicht ganz geplant, wann das wäre. Aber ihr könnt ja auf jeden Fall auch schon mal, ähm, euch bei mir melden, falls ihr Lust habt, mitzumachen. Ähm, aber erst, wenn ich das Datum hundertprozentig festlege, beginnt dann auch die offizielle Anmeldung. Nur, aber ihr könnt euch ja nur mal melden, damit ich einen groben Überblick habe, wie viele Leute überhaupt Lust haben und wie groß das Turnier wird, damit ich das ein bisschen besser planen kann für mich auch persönlich. So, hohohohoho, ich glaube, ähm, das war's soweit mit Ankündigungen. Ich mache natürlich auch Let's Plays, noch RPG-Maker-Spiele. Jetzt am Wochenende wieder, ähm, am Samstag um 21 Uhr wieder. Also, der 5. September. Und das werden wir jetzt eigentlich, denke ich mal, auch so weitermachen. Ich suche mir immer ein cooles RPG-Maker-Spiel raus. Oder ihr schickt mir eins. Ihr könnt auch Vorschläge machen, was ich spielen soll. Wäre ja kein Thema. Port Traventor könnt ihr auf jeden Fall nochmal angucken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Hier wird Part 1 anfangen und Part 2 weitergucken. Oder ein bisschen durchskippen, äh, durch Part 1 und dann in Part 2 springen, wie ihr wollt. Ähm, oder ihr ladet euch das Spiel einfach komplett kostenlos runter. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung der beiden Videos. So, das war's dann aber jetzt wirklich, denke ich mal. Wie gesagt, MZ-Tutorials wird demnächst erstmal übelst dominieren. Und es war ja jetzt auch im Grunde die letzten Tage so und Wochen. Ähm, und, ja. Und schaut euch auf jeden Fall noch mein neues Video an. Hier das, ähm, Quest-Tutorial. Es hat erst 113 Aufrufe. Leute, da geht doch noch mehr. Da geht doch noch viel mehr. Also, mit weniger als 200 Aufrufen gebe ich mich nicht zufrieden. Also, kommt. Kommt, Leute. Guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Nein, Spaß. Ähm, 900 Aufrufe schon bei dem ersten MZ-Tutorial. Das ist richtig bombastisch. Und von den 900 sind 400 weitergegangen auf, ähm, den zweiten Part. Also, kann man irgendwie sagen, 500 Leute hat der erste Part nicht gefallen. Okay, kann man machen. Vielleicht ist auch der MZ nichts für sie oder meine Art und Weise, die Tutorials zu machen. Aber 400 Leute, das ist echt eine Hausnummer, haben dann von den 400 Leuten sogar 300 Leute, also fast die volle Menge, dann ins nächste Tutorial gefunden. Also, man kann wirklich sagen, die Tutorials kommen relativ gut an, die MZ-Tutorials. Und ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Und ich hoffe, dass sehr viele neue Leute in die Community kommen, in die RPG-Maker-Community. Und ich grüße auf jeden Fall alle, ähm, neun Leute, die in die Community gekommen sind. Und ich freue mich auf jeden Fall schon mal eure Projekte irgendwann zu spielen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Also, entweder in Form von Let's Plays oder in Form von Events. Und ich habe auch schon, ähm, neben dem Smash-Turnier noch ein weiteres Community-Event geplant für dieses Jahr. Aber das kündige ich dann an, wenn das hier durch ist. Aber das wird euch gefallen, denke ich mal. Das wird mega cool, das nächste Event. Ich habe schon ein richtig cooles Event geplant. Für nächstes Jahr habe ich sogar schon ein richtig großes Event geplant. Aber das muss ich noch ausarbeiten und vielleicht mache ich es dann doch nicht. Deswegen will ich da noch nichts ankündigen. Aber es wird mega cool, wenn es dann gemacht wird. Okay, okay, okay. Ich, 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 ich rede zu viel. Sorry, Leute. Ähm, ähm, ja. Und wenn ihr, ähm, MZ-Futter braucht, könnt ihr auch gut und gerne mal in meine MV-Tutorials reingucken, wie man zum Beispiel ein eigenes Menü macht. Ähm, das ist eigentlich zu 90% identisch. Es ist nicht ganz 100% identisch mit dem MZ. Da muss ich halt nochmal ein neues Video machen, aber falls ihr schon ein bisschen fortgeschrittener seid mit dem MZ und euch langsam, wie gesagt, das Futter ausgeht, könnt ihr auch gut und gerne mal hier reingucken. Und, naja, das wird schon. Okay, sorry, Leute. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen zu viel gequatscht. Ähm, mehr als ich wollte. Ich bin ein bisschen ins Quatschen gekommen. Sorry. Ähm, aber die meisten haben sich das eh nicht bis zu Ende angeguckt. Also, tschüssi und danke fürs Zusehen. Am Wochenende kommt dann wieder MZ-Tutorials. Yay! Aber erst am Wochenende. Bis dahin chill ich ein bisschen, okay? Und ich denke mal, das ist die gute Entscheidung. Ich muss auch ein bisschen Ruhe haben. Ein bisschen runterfahren. Aber am Wochenende geht es dann richtig los. Ab Freitag denke ich mal wieder. Gut, tschüssi.